So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Software Architektur im Stream. Heute geht es um das Thema Stadt Microservices, Framework, Library oder Komponente. Und bevor wir loslegen, so ein paar Hinweise an der Stelle. Und zwar einmal, es gibt diese Unconference Softwareentwicklung und Menschen. Die ist kostenlos, die ist am Montag um 17.30 Uhr. Ich habe den Link zu der Registrierung bei Zoom in den Chat getan. Das ist also eine Möglichkeit, wo wir uns austauschen können, eben über das Thema Softwareentwicklung und Menschen. Und das andere, was ich auch in den Chat getan habe, ist, es gibt einen Spreadshop. Da kann man Dinge mit dem Logo von Software Architektur im Stream kaufen, wenn man das gerne möchte. Und die Dinge, die wir dort verkaufen, also das Geld, was wir damit einnehmen, werden wir nicht in die eigene Tasche stecken, sondern wir müssen uns noch überlegen, was wir genau damit machen. Da sind wir sicher auch für Vorschläge offen und würden das dann halt irgendwie spenden oder sowas. Genau, das dazu. So, jetzt, worum geht es in der aktuellen Episode? Also es geht halt um das Thema Microservices und Alternativen dazu. Und eigentlich ist so ein bisschen, gibt es zwei Motivationen dafür. Die eine Motivation ist, dass ich gerne einmal diese Begriffe klären wollen würde, weil ich das Gefühl habe, nicht, wir benutzen sie andauernd, aber es ist irgendwie nicht so wahnsinnig klar, was sie denn nun tatsächlich bedeuten. Und das andere ist, dass der Mark M3623 irgendwo bei YouTube mal eine Frage gestellt hat. Und zwar hat er die Frage gestellt, inwiefern kommuniziert eine Komponente, nicht Microservice, anders als ein Microservice. Und darauf wollen wir heute, also eigentlich ist diese Folge bis zu einem gewissen Maße eine elaborierte Antwort auf genau diese Frage. Danke. Und jetzt müssen wir erstmal zwei Schritte zurückgehen. Und das Erste, worüber ich nochmal sprechen möchte, was wir hier im Stream schon mehrfach diskutiert haben, ist die Geschichte mit den Modulen. Wir haben verschiedene Episoden gemacht zum Thema Modularisierung. Und die Idee ist eben zu sagen, wir wollen ein System aufteilen in Module. Was sind Module? Module folgen dem Geheimnisprinzip. Das heißt, ich versuche möglichst viele Informationen zu verstecken. Das bedeutet, ich habe irgendwelche Sachen eingekapselt. Das ist so ein bisschen vielleicht die andere Definition. Kommt eher so aus der Ecke von Parnas. Ich habe irgendwelche Entscheidungen, nicht einkapselt. Das Geheimnisprinzip ist, glaube ich, noch weitergehend. Das sagt halt im Wesentlichen, ich möchte möglichst wenig Informationen von dem Modul nach draußen geben. Also ich möchte zum Beispiel die Implementierung verstecken. Und ich habe nur eine Schnittstelle. Mein klassisches Beispiel ist immer ein Konto. Ich will bei einem Konto sicher den Kontostand abfragen. Aber das kann ich entweder machen, indem ich den Kontostand irgendwo speichere oder ich berechne den Kontostand ad hoc aus den Überweisungen. Und mit dem Geheimnisprinzip kann ich jetzt sagen, okay, wenn ich eben nach draußen nur die Schnittstelle habe, die mir halt erlaubt, diesen Kontostand abzufragen, dann habe ich intern beide Möglichkeiten, also entweder den Kontostand direkt zu speichern oder den Kontostand zu berechnen. Und das bedeutet, ich habe dort eine Flexibilität. Und das bedeutet auch, ich habe eine Komplexitätsreduktion. Ich muss eben von draußen nicht verstehen, wie das genau funktioniert, sondern ich muss irgendwie nur wissen, naja, also irgendwie wird das Konto halt seinen Kontostand berechnen. Wie das genau funktioniert, interessiert mich nicht. Und dadurch komme ich halt zu einer ganzen Menge von Vorteilen. Also ich kann parallel Sachen entwickeln. Ich kann Sachen mit weniger Kommunikation entwickeln. Es müssen nicht alle über alles Bescheid wissen, sondern eben nur begrenzt viele Informationen haben. Das ist der Grund, warum wir Module machen, um eben genau dieses Problem zu lösen. Wir wollen lose Kopplung haben. Darüber habe ich auch eine Episode gemacht. Wir wollen also dafür sorgen, dass Änderungen idealerweise nur ein Modul erwischen und nicht viele. Und das ist erstmal, und das ist vielleicht besonders wichtig, ein extrem abstraktes Konzept. Also was ich eigentlich gesagt habe, ist, ich möchte ein Software-System aufteilen in Module. Und ich habe diese Module beschrieben durch bestimmte Eigenschaften. Also zum Beispiel dadurch, dass ich dort sowas habe wie eine lose Kopplung, Geheimnisprinzip und so weiter. Und eine von den lustigen Sachen, die dann halt irgendwie entsteht, wenn man Leute irgendwie, also eine Frage, die man stellen kann, ist, ist eigentlich eine Klasse ein Modul? Und ich habe das halt tatsächlich mal gemacht. Und da kommt irgendwie raus, nee, es ist halt irgendwie nicht. So, okay. Dann gehen wir mal die Konzepte durch. Also habe ich ein Geheimnisprinzip. Ja, habe ich. Es ist nämlich so, dass ich die Implementierung der Klasse habe. Und ich habe nach draußen eine Schnittstelle. Und was in der Implementierung passiert, muss ich nicht genau verstehen. Genau genommen ist das Konto genau ein Beispiel dafür. Dadurch kann ich also die Kommunikation reduzieren. Ich kann diese Klasse also benutzen. Ich muss nur die Schnittstelle verstehen. Und was intern passiert, muss ich eben nicht verstehen. Und ich habe eben die Hoffnung, dass eine Änderung innerhalb dieser Klasse, sofern sie die Schnittstelle nicht erwischt, andere Klassen nicht beeinflusst. Also habe ich auch tatsächlich die lose Kopplung. Das bedeutet, dass eine Klasse tatsächlich ein Modul ist. Das ist also ein super abstraktes Konzept. Ein Beispiel für das Konzept Modul ist eine Klasse. Und dann wird es halt irgendwie noch lustiger, weil, also, auch eine Methode ist, würde ich behaupten, ein Modul. Denn die hat eine Schnittstelle, eine Signatur, also ich könnte zum Beispiel sagen, berechner Kontostand. Die hat dann eine Signatur, kommt also irgendwie einen Wert raus, weiß ich nicht, vom Typ Geld, sagen wir mal. Und da muss ich nicht verstehen, wie diese Methode implementiert ist. Das heißt also, eine Methode ist auch ein Modul, hat eine Schnittstelle, muss die Implementierung nicht verstehen, um sie zu benutzen. Kapselt vielleicht auch bestimmte Entscheidungen ein und so weiter. So, das heißt also, das Konzept Modul ist eben ein sehr abstraktes Konzept. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist grobgranulare Module. Und ein typisches Beispiel sind genau Microservices an der Stelle. Und vielleicht sollte ich noch was anderes sagen. Ich habe jetzt nicht gesagt, welche Art von Dingen da irgendwie drin steckt. Also ich kann eine Klasse oder ein Modul haben, was auch bestimmte technische Probleme löst. Also zum Beispiel haben wir den Zugang zu einer Datenbank irgendwie abstrahiert. Da kann ich eben in SQL reinstecken und dann wird irgendwie ein Ergebnis zurückgegeben. Und das ist irgendwie so ein technisches Problem. Oder ich könnte irgendwas Fachliches haben, nicht? Das Konto zum Beispiel ist irgendwie fachlich. Ich kann trotzdem dieselben Konzepte haben. Das heißt also, ich habe ein super abstraktes Konzept. Ich sage nicht, auf welcher Granularitätsebene das sein soll. Methode, Klasse, grobgranular wie eben Microservice. Und ich sage nicht, ob es fachlich oder technisch sein soll. Jetzt halten wir mal Microservice dagegen. Also, wie sieht denn das aus? Was ist ein Microservice? Ich würde unter Microservice so prototypisch verstehen, irgendwie so ein Docker-Container. Das heißt also, irgend so ein Ding, was ich halt irgendwo deployen kann, was dann irgendwie dort läuft. Und ich würde erwarten, dass das Ding eine Schnittstelle hat. Sprich, ich kann es irgendwie aufrufen oder ich kann es halt auch über die UI benutzen. Die UI wird vielleicht aus mir integriert mit anderen Microservices. So oder so habe ich dort eben ein Modul als Teil eines Ganzen. Es ist tatsächlich so eine Blackbox. Ich habe also eine Schnittstelle, UI oder irgendwie eine programmierbare Schnittstelle. Und tendenziell würde ich erwarten, dass das eher fachlich ist. Also, ich dränge zumindest darauf, dass Microservices typischerweise so fachliche Entscheidungen umfassen sollten. Und ich habe jetzt mit dieser Implementierung von Microservices eine Vielzahl an technischen Vorteilen. Also, ich kann zum Beispiel eine größere Anzahl an Microservices-Instanzen laufen lassen. Das bedeutet, ich kann jetzt dieses eine Modul stärker skalieren. Ich kann es, die fallen getrennt aus. Das heißt, wenn eins der Module ausfällt, einer der Microservices ausfällt, fallen die anderen nicht automatisch mit aus. Wenn ich ein Deployment-Moduliten hätte, wäre das eben anders. Da wäre es eben so, dass wenn irgendwo jemand ein Memory-Leak schreibt, dann fällt eben das gesamte System aus. Und ich habe dort auch noch außerdem dieses getrennte Deployment. Ich kann ja so jetzt sagen, okay, ich habe ein neues Feature, ich will etwas ändern. Und ich deploye ein Microservice unabhängig von den anderen und kriege dadurch eben dieses Feature innerhalb dieses einem Microservices ausgeliefert, ohne dass ich die anderen Sachen anfassen oder ändern muss. So, und das bedeutet, ich habe jetzt tatsächlich ein grobgranulares Ding. Also, so ein Docker-Container wird typischerweise Code enthalten, der aus vielen, vielen Klassen besteht und aus vielen, vielen Methoden. Also ist der tatsächlich eine Hierarchiestufe über diesen anderen Modulen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und wir haben dort jetzt eben diese technischen Vorteile, über die ich eigentlich heute nicht sprechen möchte, sondern ich möchte halt irgendwie schauen, ob wir andere grobgranulare Modularisierungsmechanismen haben. Wenig überraschend haben wir die. Und wie die sich halt verhalten im Vergleich zu Microservices. So, fangen wir also mit der ersten sozusagen Alternative an. Das ist eine Bibliothek. Und ich habe bei Wikipedia nachgeguckt und Wikipedia sagt, dass in der Informatik eine Bibliothek eine Sammlung von Ressourcen ist, die während der Softwareentwicklung genutzt wird, um ein Computerprogramm zu implementieren. Zu den Ressourcen können Konfigurationsdaten, Dokumentation, Hilfsdaten, Nachrichtenvorlagen, Quellcode oder vorabkomponierte Funktionen und Klassen gehören, Werte oder Typspezifikationen. Binde ich jetzt erstmal, also ist halt, wie so eine Definition halt häufig ist, sehr umfassend. Für mich ist eigentlich im Kern dieser vorabkomponierte Code. Also wenn ich halt eine Bibliothek heute mir sozusagen anschaue, erwarte ich eigentlich, dass ich halt Code bekomme und dann bekomme ich vielleicht dazu noch irgendwie den Source-Code und dann bekomme ich irgendwie auch sinnvollerweise eine Dokumentation, sonst weiß ich ja nicht, wie ich mit dem Ding umgehen soll. Aber im Wesentlichen würde ich behaupten, ist das jetzt erstmal kompilierter Code. Will heißen, das, was in der Definition steht, ist relativ allgemein. Das Typische, was ich erwarten würde, ist eben kompilierter Code. Also ich wäre halt überrascht, wenn man sagt, ich habe nur Konfigurationsdaten und das ist eine Bibliothek. Dokumentation, kompilierter Code, Quellcode, das gehört für mich dazu. So, und da steht jetzt tatsächlich nicht so explizit drin, dass es eine Schnittstelle gibt. Ich würde aber erwarten, dass das so ist. Also ich würde halt erwarten, dass ich halt bestimmte Dinge habe, die ich tatsächlich aufrufen kann. Wenn ich so Libraries mir angucke, wie C-Libraries oder so, die haben so eine Header-Information, da steht irgendwie drin, was ich aufrufen kann. Und dann habe ich halt den kompilierten Code. Und da sind eben diese aufrufbaren Funktionen drin, aber auch irgendwelches andere Zeug. Und da kann ich jetzt eben dann diese Sachen aufrufen. Das heißt, das entspricht wieder der Definition eines Moduls. Ich habe also eine Schnittstelle. Ich exponiere nur bestimmte Dinge nach draußen. Viele Dinge verberge ich halt. Und das ist etwas, was stand hier, ist eine Menge von Ressourcen, um ein Computerprogramm zu implementieren. Das wäre halt bei einem Modul auch genauso. Ich würde halt ein Modul nutzen als Teil eines Gesamtsystems. Typischerweise vielleicht übergreifend eher über Programme. Also die meisten Bibliotheken, die wir heutzutage benutzen, sind eben tatsächlich Bibliotheken, die wir eben in verschiedenen Kontexten verwenden. Und es gibt dann so statische Bibliotheken. Das sind welche, die ich halt direkt in das Programm mit reinlinke. Es gibt dynamische Bibliotheken, die habe ich dann nur einmal im Speicher. Und werden dann eben von verschiedenen Programmen aufgerufen. Das ist so klassisch aus C zumindest ein Konzept. Und dann gibt es sowas wie Klassenbibliotheken. Klassenbibliotheken sind also eine Möglichkeit, wo ich eben eine Menge von Klassen habe. Und das bedeutet, ich habe jetzt im Gegensatz zu einer C-Bibliothek, wo ich Sachen halt einfach nur aufrufen kann, dort Klassen. Das heißt, ich kann dann diese Klassen auch zum Beispiel durch Vererbung benutzen. Ich kann also sagen, es gibt in der Bibliothek eine Klasse. Davon bilde ich eine Unterklasse. Und dadurch bekomme ich dann eine breitere Schnittstelle, weil ich bei der Vererbung mehr von der Oberklasse sehe. Also ich muss jetzt nicht nur wissen, wie ich das Ding aufrufe, sondern wie ich es erweitere, welche Methoden ich also sinnvollerweise überschreibe, anders implementiere. Und das bedeutet, ich habe dort letztendlich eine breitere Schnittstelle. Für mich ein typisches Beispiel ist sowas wie Spring JDBC. Das ist ein Teil vom Spring Framework, eines Java-Programmiersystems, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, was ich klassischerweise, typischerweise aufrufen werde, wo ich eben genauso etwas habe. Das löst ein technisches Problem, eben den Zugriff auf Datenbanken mit JDBC, einer Java-Schnittstelle, und baut da halt irgendwie so einen hübscheren Rapper drumherum. So ungefähr funktioniert das. Und das ist für mich irgendwie das prototypische Beispiel einer Bibliothek. So, jetzt ist halt die Frage, ist das etwas, was uns helfen kann, keinen Microservice zu bauen? Und ich würde jetzt behaupten, ja. Ich kann eben sagen, ich habe eine bestimmte Funktionalität, einen Bestellprozess oder, weiß ich nicht, einen Preisberechner für irgendetwas. Ich baue das als eine Bibliothek. Ich sage also, ich habe eine Schnittstelle, berechne mir den Preis von diesem Produkt. Und dann gibt es eben diese Bibliothek, und die berechnet das irgendwie. Das könnte ich jetzt ausführen, zum Beispiel, wenn ich im Java-Universum bin, in getrennten Maven-Projekten, in getrennten Projekten in der Source-Code-Verwaltung, die also dann einzeln durchkompiliert werden können. Die bauen dann halt eine Bibliothek. Also im Java-Fall ist das halt so ein Java-Fall, wo irgendwie diese Klassen- und der Ausführbar-Code drin sind. Und das kann ich dann eben genau so nutzen, um mein System grobgranular zu strukturieren. Technische Bibliotheken wie Spring-JDBC sind eigentlich das Typische. Fachliche Bibliotheken sind eher, würde ich behaupten, atypisch. Aber wir haben dort eben jetzt die Möglichkeit, dieses Konzept, also nicht will heißen, ich kann dann wieder rausgehen, und ich hole mir halt irgendwie per NPM oder Maven oder wie auch immer irgendwelche Bibliotheken. Und das werden typischerweise Sachen sein, die halt irgendwelche technischen Probleme lösen. Aber es hält mich ja niemand davon ab, damit auch fachliche Probleme zu erschlagen. Und das Schöne, was ich dadurch hinbekomme, ist, dass ich tatsächlich zumindest eine Sache garantieren kann, nämlich, dass die Abhängigkeiten zwischen diesen Bibliotheken idealerweise gerichteter Graph sind, die zyklenfrei ist. Das sollte ich nochmal kurz detaillierter erklären. Also meine Annahme ist, wenn ich das System baue, werde ich die Bibliotheken alle bauen in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, ich baue die Bibliothek A vor der Bibliothek B. Dann kann B A benutzen. Zu dem Zeitpunkt, wo B gebaut wird, ist A bereits gebaut. Das kann B, kann also deswegen A benutzen. Aber nicht umgekehrt, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich A baue, ist B noch nicht gebaut, sodass ich also gerichtet einen gerichteten Abhängigkeitsgrafen habe von B nach A. Und der muss zyklenfrei sein, weil ich eben linear die Dinger durchbauen muss. Also letztendlich vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Schichtenmodell. Und das erreiche ich hier zwingend dadurch, dass ich eben Bibliotheken benutze. Das ist bei Microservices nicht so. Also bei Microservices, wenn ich zwei Microservices habe, die können sich halt beliebig irgendwie benutzen. Das ist hier eben anders. Und das erreiche ich ohne Architekturmanagement. Wir haben ganz viele Episoden gemacht zum Thema Architekturmanagement. Die verlinke ich auch noch. Und mit Architekturmanagement kann ich eben auch die Abhängigkeiten in einer bestimmten Art und Weise einschränken. Aber was ich jetzt tatsächlich brauche, ist irgendwie eine Möglichkeit, eine Schnittstelle zu definieren. Ich habe das gesagt. In C beispielsweise gibt es diese .h-Dateien. Da ist die Definition der Prozeduren und Funktionen drin, die halt in der Bibliothek enthalten sind. Das ist ein Feature der Programmiersprache, dass es sowas gibt. In Java habe ich zum Beispiel private Klassen, die halt außerhalb des Packages nicht gesehen werden können. Das ist auch eine Möglichkeit, Sichtbarkeit einzuteilen und da einzuschränken und dadurch eben tatsächlich Module zu bekommen mit eben einer geringeren Schnittstelle. Dafür brauchen wir also jetzt Sprachfeatures. Das heißt also, so alleine mit einer Bildreihenfolge ist das halt irgendwie nicht getan. Das Schöne ist, dass das technisch nahezu trivial ist. Also, wie soll ich sagen, ein System, ein Ding zu bauen, was irgendwie so eine Bibliothek erzeugt, das ist hoffentlich etwas, was so schwer hoffentlich nicht ist. Und das bedeutet, ich kann jetzt relativ leicht mein System grob granular modularisieren und ich brauche jetzt im Gegensatz zu sowas wie Microservices eben nicht Kubernetes, irgendwie die Infrastruktur, Docker, irgendwas, sondern ich habe da halt deutlich weniger. Dafür habe ich halt weniger technische Vorteile, haben wir vorhin diskutiert, aber ich habe dort eben eine leichtgewichtige Alternative. Ich kann das Ganze natürlich auch kombinieren. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe da halt eine Library für Observability, die mir also die Möglichkeit gibt, dann dafür zu sorgen, dass halt in irgendeiner Art und Weise ich jetzt irgendwelche technischen Standards umsetze, beispielsweise eben sowas wie Observability, mit Hilfe von so einer Library. Genau, der Marc M. hat eine Frage geschrieben, wo schon der Begriff Framework drin vorkommt. Das würde ich kurz zurückstellen, weil das würde ich kurz erläutern, erstmal was ein Framework ist. Alex hat geschrieben bei YouTube, wie lässt sich Serverless Services einordnen? Auch hier kann man beispielsweise mit Hilfe von CDK-Modulen oder Komponenten erstellen, die eine Schnittstelle haben und fachliches Wissen kapseln. Genau, für mich sind die halt relativ eng verwandt mit, also Serverless-Funktionen nehme ich an, insbesondere für mich sind Serverless-Funktionen relativ eng verwandt mit Microservices, weil sie eben auch getrennt deploybar sind und damit fallen sie so ein bisschen in diese Kategorie. Also im Gegensatz zu Bibliotheken, wo ich alles gemeinsam deployen muss, muss ich das irgendwie dann einzeln deployen oder kann es einzeln deployen und habe dadurch auf unserer Abstraktionsebene, auf dieser hohen Abstraktionsebene eine weitere Alternative zu Microservices, die aber konzeptionell sehr viel Überlapp hat, eben auch getrennte Deploybarkeit. So, das also dazu, achso und by the way, da sieht man eben, dieser Begriff Modul ist halt wirklich, wirklich konzeptionell abstrakt, auch sowas wie eine Serverless-Funktion passt da meiner Ansicht nach rein. Und das ist vielleicht auch in der Granularitätssebene sowas so zwischen Methode und Microservice, also irgendwie schon was Größeres vielleicht, was halt eine Funktionalität hat, die in sich abgeschlossen ist, aber eben getrennt deploybar ist, also wäre das vielleicht noch eine Größe von Modulen. Jetzt kommt halt dieser Begriff von Framework und das, was halt bei einem Framework, glaube ich, erstmal auffällig ist, ist, das scheint sehr ähnlich zu sein zu einer Bibliothek. Also das, was ich letztendlich halt in die Finger bekomme, ist wahrscheinlich dasselbe, eine Ansammlung von Klassen und Code. Der wesentliche Unterschied ist meiner Ansicht nach diese Inversion of Control. Also bei einer Bibliothek sage ich, ich rufe die Bibliothek auf. Bei einem Framework, der Name sagt es nicht, das ist ein Rahmenwerk, da habe ich eben einen Rahmen, der mich aufruft. Und das ist Inversion of Control. Der eigene Code wird aufgerufen vom fremden Code. Ich rufe nicht den fremden Code auf. Framework ruft mich auf, Library rufe ich auf. Das heißt, ich habe dort eben diese Inversion of Control. Und häufig ist es dann so, dass gerade solche Frameworks insbesondere Vererbung benutzen, also ja so Klassenbibliotheken sind, wo ich also sage, okay, ich habe halt irgendwie eine Schnittstelle oder irgendeine Klasse, da erweitere ich bestimmte Methoden und dann wird irgendwie das Framework mich aufrufen. Dadurch wird also die Schnittstelle typischerweise breiter, muss ja jetzt irgendwie und die Kopplung sozusagen enger, weil ich halt eben dieses Vererbungsmechanismus benutze. Problem bei der Vererbung ist eben, dass ich neben den Public-Methoden, die ja in der Schnittstelle aufrufbar sind, ja auch die interner verstehen muss und dadurch komme ich da eben zu einer stärkeren, zu einer breiteren Schnittstelle. Deswegen ist das halt in Bezug auf dieses, also wie soll ich sagen, meiner Ansicht nach ist das eigentlich so ein bisschen das Problem, was Objektorientierung und Modularisierung hat. Objektorientierung mit Vererbung verbreitert die Schnittstellen. Das will ich eigentlich nicht. Und eine Möglichkeit, das zu umgeben sind, zum Beispiel Annotations. Mit Annotations kann ich sagen, bitte rufe mich hier auf, ohne dass ich irgendeine, irgendwas von irgendwas erben muss. Also Annotations sind so Sachen, ich glaube in .NET heißen die Attributes, wie ich halt eine Methode ranschreibe und dann sage ich halt, ruf mich hier bitte auf. und das Ganze wird also dann eher, ja, also das ist dort eben die Möglichkeit. Das, was ich immer noch erinnere, so aus Spring MVC-Zeiten, ist eben sowas wie dieser Abstract Form Controller. Da musste man halt früher sagen, ich erweitere halt exakt diese Methoden und da muss man halt sehr genau wissen, was man tut, weil, nicht, man muss irgendwie wissen von dieser Klasse, wenn ich da an dieser Stelle jetzt bei diesem Formular noch folgende Dinge zusätzlich machen will, dann gibt es halt eine Methode, die ich überladen muss oder überschreiben muss. Und mit Annotations ist das vielleicht etwas einfacher, weil ich muss jetzt nicht wissen, wie die Methode heißt, sondern ich habe eine Annotation, die ich da irgendwie ranklebe. Das führt mich auch zu den Beispielen, also typisches Beispiel ist ein Web Framework, Spring MVC gehört dazu. Das ist gerade der Grund, warum ich mir auch Spring hier irgendwie als Beispiel genommen habe, weil es einen Framework-Anteil gibt, Spring MVC, da ruft eben Spring meinen Code auf und es gibt so einen Library-Anteil, Spring JDBC, wo ich selber dann eben entsprechend die Methoden dort aufrufe, die mir Spring anbietet. Andere Web Frameworks, Ruby on Rails aus dem Ruby-Universum, Django aus dem Python-Universum, alles im Wesentlichen, glaube ich, ähnliche Konzepte. Oldschool ich dann diese Application Frameworks, Microsoft Foundation Classes, MVC für Windows-Anwendungen, Cocoa damals für die erste Mac OS X-Anwendung, Eclipse, ACP, Rich Client Platform für solche Sachen, das sind irgendwie auch so Frameworks, die halt nicht Web-Anwendungen, sondern eben so Rich-Anwendungen halt damals waren und damit ist man eigentlich eben so in diesem Bereich von Wiederverwendung, darüber habe ich ja auch eine Episode mal gemacht, und in diesem Bereich auch von architektonischen Mustern. Ich habe eine Implementierung eines architektonischen Musters wie MVC, Model View Controller, dass ich ein Modell habe, wo die Daten drin sind, eine View, die halt die Daten rendert, ein Controller, der die Daten ändert und das habe ich jetzt eben in meinem Framework Spring MVC implementiert, habe dadurch halt ein Muster vorgegeben und weiß, wie ich meine Anwendung zu strukturieren habe. Es gibt auch sowas wie Domain Frameworks für bestimmte Domänen und da habe ich doch eigentlich, ich muss mal kurz schauen, ich habe irgendwas, ach nee, das kommt später, nicht? Ja, glaube ich später. Ja, genau. So, und typischerweise sind das eben technische Frameworks, wie ich sagte, und es gab einige Zeit so einen Ansatz zu sagen, dass man halt Architekturstandards in einem Projekt mithilfe von so einem Framework umsetzt. Also man sagt halt, okay, wenn ihr halt irgendwie irgendwas bauen wollt, dann ist hier ein Framework, davon müsst ihr halt eigentlich nur erben und dann habt ihr eben etwas, was konform ist zu dem, wie es hier läuft, was also zum Beispiel sich vernünftig betreiben lässt, Observability hatte ich vorhin schon genannt, wo also jetzt tatsächlich diese entsprechenden Bedingungen eingebaut sind. Ich finde das insgesamt schwierig, also weil diese Lösungen häufig wenig flexibel sind. Das ist gerade ein Vorteil von sowas wie Spring, da kann ich sagen, ich nehme einzelne Teile raus, weil wenn man nicht aufpasst, kommt man halt irgendwie dazu, dass man sagt, okay, wenn ihr euch eben konform verhalten wollt zu sowas wie Konfiguration oder Sicherheit, die wir irgendwie haben, dann müsst ihr bedauerlicherweise nicht nur den Konfigurationsanteil von dem Framework benutzen, sondern man zieht halt dran und kriegt irgendwie alles und das schränkt auch die Technologiefreiheit ein, also ein Beispiel, was ich halt erlebt habe, sind es ist ein Security Framework, wo man, wo das Security Framework halt gesagt hat, okay, ich nehme halt ein Token, da hat an der Schnittstelle mir übergeben wird und hänge den halt an den Thread und habe dadurch halt die Möglichkeit überall in meinem Code zu gucken, der aktuelle Benutzer darf da eigentlich dieses oder jenes tun. Das impliziert aber, dass ich einen Thread habe, der für den Request und für den User eindeutig ist, das funktioniert bei so Reaktiv-Anwendungen nicht mehr, da habe ich einen Thread und in dem Thread werden alle Requests bearbeitet für verschiedene BenutzerInnen, dann kann ich halt dieses Framework nicht mehr benutzen und das führt dann dazu, dass ich dort eben nicht mehr, nicht reaktive Systeme benutzen kann und dann habe ich halt irgendwie ein Problem. Meiner Ansicht nach sollten also Teams eigentlich eigene Entscheidungen fällen und Framework sind so teilweise Mechanismen, um das halt irgendwie einzuschränken oder zu umgehen. So Dutroot hat es geschrieben, was machen wir mit ORMs, sind die dann nur Bibliotheken? Ich wehre mich so ein bisschen gegen das nur. Das sind ja unterschiedliche Konzepte, Bibliotheken sind sozusagen leichtgewichtiger und flexibler Frameworks geben mir halt einen Rahmen vor, von daher weiß ich gar nicht, ob ich jetzt irgendwie das eine sozusagen schlechter oder besser finde als das andere oder irgendwie niedrigstehender, aber gut nicht, also nur ein Wort. Ja, ein ORM Mapper würde ich erwarten, ist eigentlich etwas, was ich als Bibliothek verstehen würde. Da habe ich halt Funktionalitäten, ich rufe die halt irgendwie auf, ich erbe vielleicht noch von irgendwelchen Oberklassen, ich annotiere irgendwelche Dinge und dann sage ich halt irgendwie, okay, speichere mir das Objekt und dann speichert der das nicht. ORMs sind Object Relational Mapper, das sind also Systeme, die mir halt Objekte nehmen und die halt in Relationen auflösen, damit ich sie in einer relationalen Datenbank speichern kann, würde ich behaupten, ist halt eine Bibliothek. Typischerweise eben nicht, also ein prototypisches Beispiel für ein Framework wäre eher sowas wie ein MVC Framework. So, und kurz bevor ich jetzt irgendwie diese Episode gemacht habe, hat die Christina über das, über das Formular noch eine Frage gestellt oder eine Bemerkung, ist sie, YouTube schreibt, nur sollte nur sein. Ja. Also fein nicht, ich bin manchmal so ein bisschen so, dass ich halt so auf Kleinigkeiten reagiere, aber wie dem auch sei. Danke auf jeden Fall für den Kommentar. So, also Christine hat über das Formular geschrieben, spannendes Thema, allerdings wie so statt. In unserem aktuellen Microservices-Projekt werden Base-Templates, zum Beispiel ein customizendes Spring Boot Parent Template, eigene Libraries und kleine Frameworks gebaut und müssen auch von jedem Service genutzt werden. Ich würde vielleicht noch kurz sagen, es gibt halt in Spring Boot ist es so, dass ich halt ein Parent habe, von dem ich typischerweise erbe, insbesondere in Maven oder sowas, also im Build-Tool. Das zieht dann halt eine Menge an Abhängigkeiten nach sich, Also das ist halt irgendwie so, ich kann jetzt mit Spring Boot zum Beispiel sagen, okay, ich will eine Web-Anwendung und dann kommt irgendwie da ein Set von verschiedenen Bibliotheken und Frameworks, die es mir halt ermöglichen, eine MVC-Anwendung relativ leicht laufen zu lassen und auch gleich einen integrierten Web-Server zu haben und diese ganzen Geschichten halt irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Das ist also das, was mit diesem Template gemeint ist. So und jetzt steht da als weit, also nicht bedeutet halt Personen, die in diesem Umfeld ein Microservice bauen, müssen bestimmte Dinge nutzen. Okay, so wie eine Architekturentscheidung. Die Frage, warum? Und da schreibt sie, Ziel ist es, möglichst wenig Redundanz in den einzelnen Services zu haben. Okay, also jetzt irgendwie so isoliert erstmal eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann. Auch könnten da mit Einzelpersonen mehrere Services einfach zusammenbasteln und managen. Und es braucht nur ein Platform-Team, nur in Anführungsstrichen, da heißt wieder der Begriff nur, und es braucht nur ein Platform-Team, das sämtliche Libraries pflegt und erstellt. So die Theorie. Richtig Kopfschmerzen kommen dann dazu, wenn sich die Abhängigkeiten nicht mehr managen lassen und die Flexibilität in der Entwicklung aus meiner Sicht mit daran zugrunde geht. Würde mich über ein paar Good Practices oder Erfahrungen freuen. Besten Dank und macht bitte weiter so. Genau, danke erstmal fürs Feedback, danke für die Frage. Finde ich, es ist tatsächlich, also ist tatsächlich ein total wichtiger und guter Aspekt, den ich ohne die Frage, glaube ich, nicht weiter diskutiert hätte. Also, dröseln wir das Ganze mal auf. Wir haben also eine Architekturentscheidung. Architekturentscheidung ist, wir haben ja irgendwelches, irgendwie einen Technologierahmen, bestehend aus der Menge an Zeug, die ich halt irgendwie benutzen muss, mit dem Ziel, Redundanz zu vermeiden. So, und das Lustige ist, dass jetzt genau dieser Beitrag schon durch diese relativ kurze Darstellung zeigt, was dann da eigentlich das Problem ist. Problem ist nämlich, dass ich, wenn ich Redundanzen vermeide, Abhängigkeiten produziere. Also, wenn zwei Teams sagen, ich habe hier eine Funktionalität und hier ist dieselbe Funktionalität, dann können die das irgendwie rausfaktorisieren, dann haben sie halt die Redundanz vermieden, dann haben sie zudem gemeinsam, aber eben eine Abhängigkeit. Das heißt also, entweder ich implementiere das halt redundant in den beiden Umgebungen oder ich baue das eben einmal, dann habe ich halt eine Abhängigkeit. jetzt steht da halt im Weiteren, der Grund, warum sie es halt irgendwie gemacht haben, ist, damit Einzelpersonen mehrere Services einfach zusammenbastern und managen können. Genau, das heißt also, ich habe eine Einheitlichkeit und ich finde mich sozusagen so gleich vollständig zurecht. So, mein Problem ist jetzt folgendes, ich würde behaupten, es gibt da jetzt genau genommen zwei Architekturentscheidungen. Die eine Architekturentscheidung ist, wir benutzen Microservices. Die andere Architekturentscheidung ist, wir bauen eine Plattform für alle diese Microservices. Die Entscheidung zugunsten von Microservices ist meiner Ansicht nach etwas, was häufig zumindest motiviert wird durch Unabhängigkeit oder das ist zumindest ein Vorteil, den ich dadurch generiere. Ich kann eben unabhängig voneinander Dinge deployen, ich kann die unabhängig voneinander weiterentwickeln und das bedeutet, ich habe dort als Effekt Unabhängigkeit und das konterkariere ich jetzt durch die Architektureentscheidung zu sagen, ich will aber Rind und Anzen vermeiden. Und wir haben dazu, tatsächlich fällt mir ein, verlinke ich auch nochmal diese, also einmal die Episode zur Wiederverwendung, von der ich schon mal sprach und dann die andere Episode mit Generisch oder eben auch nicht mit dem Gerd Jan, wo er im Prinzip gesagt hat, naja, erst nach dem dritten Versuch sollte ich etwas rausfaktorisieren. Was ja bedeutet, also ich baue es einmal, baue es nochmal, beim dritten Versuch baue ich erst die allgemeine Lösung. Das legt tendenziell ein, akzeptiert mehr Redundanz. Und das ist so ein bisschen hier genau das Problem, was ich halt da sehe. Ich sage also zum einen, ich habe Microservices und habe damit die Option, eben Flexibilität zu haben, Unabhängigkeit zu haben und ich entscheide aber gleichzeitig, dass ich halt diese umfangreiche Plattform haben, habe und das führt dann irgendwie zu einem, glaube ich, zu einem Widerspruch. Also mich würde halt interessieren, warum man eben diese beiden Entscheidungen getroffen hat und wie man halt sozusagen mit diesem Widerspruch umgehen möchte. Das, was ich da halt empfehle oder was meine, mein erster Ansatz wäre in diesem Zusammenhang, wäre halt zu sagen, okay, ich möchte halt gerne Redundanzen nicht zwangsläufig vermeiden. Das heißt also, was ich machen würde, wäre halt zu sagen, wenn zwei Teams sagen, hey, wir haben hier gemeinsame Funktionalitäten, lass uns die doch gemeinsam irgendwie rausfaktorisieren, würde ich halt sagen, okay, meinetwegen, nicht, macht halt. Wenn ich jetzt aber erkenne, dass zwei Teams dasselbe zweimal implementiert haben, würde ich mich auch nicht aufregen. Das heißt also, was ich machen würde, wäre zu sagen, ich akzeptiere halt Redundanz, aber ich verbiete nicht, die Redundanz zu eliminieren. Und deswegen würde ich halt nicht die Entscheidung fällen, zu sagen, es gibt da verpflichtend eine Plattform an der Stelle. Und vielleicht noch die andere Bemerkung, mich würde auch interessieren, was da eigentlich exakt wirklich denn nun geliefert wird oder was halt die zusätzlichen Dinge sind. Denn eigentlich, wenn ich halt über technische Infrastruktur spreche, nicht, da gibt es irgendwie Leute, die bauen sowas, also im Spring Boot Kontext und ich bin halt nicht sicher, ob ich mich halt irgendwie hinstellen will und da halt noch irgendwas, etwas weiteres bauen möchte. So, das also dazu. Und in dem Kontext, wo wir uns jetzt nochmal anschauen, also sind Frameworks eigentlich eben auch Module? Ich würde sagen, im Prinzip ja, aber ich habe irgendwie ein Problem damit, dass die Schwindstelle so ein bisschen breiter ist, weil ich eben auch Vererbung nutzen kann. Mit Annotations ist das vielleicht etwas besser. eine Komplexitätsreduktion wird, glaube ich, erreicht. Also das ist ja eigentlich mein Ziel, dass ich sage, da ist halt irgendwelches Zeug und das muss ich halt nicht richtig verstehen. Das wird halt immer noch erreicht. Und für mich fühlt sich das so ein bisschen komisch an. Also der eine Grund ist eben, diese Aufrufrichtung ist irgendwie sozusagen falsch rum. Ich würde erwarten, dass ich ein Modul benutze, dass mich nicht ein Modul benutzt. Und das andere ist eben, dass diese Whitebox Wiederverwendung, dass ich also einen Teil der Implementierung der Klassen wissen muss oder kennen muss, das finde ich dann auch gegebenenfalls ja, vielleicht irgendwie nicht ganz, also ist eben etwas, was das auch sozusagen verbreitert, sodass ich mir nicht mehr sicher bin, ob das halt wirklich Module sind. Und Microservices sind ja tatsächlich Blackboxes. Da ist es so, dass ich eine Schnittstelle habe. Sowas wie Vererbung kann ich nicht machen. Ich habe da nur eine definierte REST-Schnittstelle beispielsweise. die ich dann verwende und habe dadurch eben eine dünnere Schnittstelle und würde behaupten, dass ich sozusagen dieser Idee von Modulen näher bin. Frame, dann ist die andere Sache, die ich halt anfangs gesagt habe, ist, typischerweise würde ich erwarten, werden Microservices eher so für fachliche Dinge gebaut. Frameworks für fachliche Dinge, ich glaube, wir haben in der Wiederverwendungsepisode über San Francisco gesprochen. Das ist so ein Framework, was IBM mal gebaut hat für Fachlichkeiten. Das ist, glaube ich, relativ spektakulär schiefgegangen. Aber es gibt das Earth System Modeling Framework, so habe ich heute gelernt. Steht zumindest in Wikipedia drin, was eben genau für Simulationen von irgendwelchen Erddingen, also Klima oder sowas, genutzt werden kann. Das heißt also, es gibt offensichtlich dann doch fachliche Abstraktionen, die halt irgendwie funktionieren. Und natürlich ist es so, und da ist ja nicht der Beitrag von Christina wieder relevant, man kann eben zum Beispiel mit Spring MVC Microservices implementieren. Das ist also irgendwie nicht ein Widerspruch oder so, sondern es ist eben ein Hilfsmittel, um sowas zu implementieren. So, dann haben wir als dritten, so, ich gucke gerade bei Mark M. Systeme haben gemeinsam Framework, Code und eine Datenbank. Wenn ich das ebenfalls, also erstmal würde ich heute behaupten, das ist nicht unbedingt der Fall. Ich kann ein System bauen ohne ein Framework, nicht? Also wenn ich halt ein Java-Programm habe, einfach mit einer Main-Methode, die halt irgendwas ausgibt oder irgendein Skript, irgendein, sowas kann ich halt bauen ohne Framework. Also sicherlich hat das ein Code, er hat das dann Code und muss aber auch nicht unbedingt eine Datenbank haben. Finde ich das dann ebenfalls in einer Bibliothek. Ich kann Bibliotheken, also Bibliotheken haben sicher Code, Bibliotheken werden glaube ich eher weniger Frameworks benutzen, können den Zugriff zu einer Datenbank zum Beispiel kapseln. Ab welcher Konzept eben empfinde ich diesen 3K-Framework, Datenbank, Code nicht mehr? Naja, so spätestens eine Klasse ist irgendwie dazu zu feingranular, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen wir jetzt zu dem letzten Begriff und das ist der Begriff Komponente und wie soll ich sagen, das fand ich halt nochmal spannend und habe irgendwie nachrecherchiert bei Wikipedia und Wikipedia sagt halt eine Komponente, also hat er eine Aussage zu und sagt, eine Softwarekomponente ist ein Element des Zusammenbaus mit vertraglich festgelegten Schnittstellen und ausschließlich expliziten Kontextabhängigkeiten. Eine Softwarekomponente kann unabhängig ausgeliefert werden und ist ein Baustein für Dritte. Das heißt also festgelegte Schnittstelle, explizite Kontextabhängigkeiten und irgendwie dieser Zusammenbau spielt eine Rolle, eben insbesondere für Dritte. Das ist ein Konzept, das kommt von dem Clemens Schieperski, kommt diese Definition aus einem ECOB-Workshop, also eine Konferenz, die ist jetzt auch höchstens 96, also keine 30 Jahre hier, praktisch gestern und ich muss bei diesem Konzept immer denken an das von dem von dem Brad Cox, der hat Objective-C erfunden und der hat diese in meinen Augen sehr schöne Metapher von einem Software-IC gebildet, also der hat halt gesagt, okay, ich habe halt so wie ich einen integrierten Schaltkreis habe, sowas ähnliches will ich halt irgendwie auch haben für Software. Ein Ding, was ich halt in eine Platine setzen kann, vielleicht auch konfigurieren kann und ganz viel wiederverwenden kann, also ich kann jetzt in meinem Fernseher sind irgendwelche ICs, in meinem Laptop sind irgendwelche ICs und potenziell könnten eben diese ICs in verschiedenen Bereichen wiederverwendet werden und das ist das Ziel, was er eben auch hatte, lustigerweise eben mit Objective-C, also einer Programmiersprache und wir werden gleich dazu kommen, dass vielleicht technische Umsetzung von Komponenten dann etwas anders aussehen und für mich ist diese Wiederverwendung Wiederverwendung durch Dritte und was ich nicht wiedergefunden habe, was ich dachte, was halt relevant ist, ist sowas wie eine Konfigurierbarkeit, wenn ich es halt in verschiedenen Kontexten wiederverwenden möchte, dann sollte es halt konfigurierbar sein, um dort irgendwie in diesen Kontexten eben unterschiedlich zu verhalten, das stand aber nicht drin, also ist vielleicht etwas, was ich, was zumindest in der Chip-Hersky-Definition ist das nicht drin, ja, muss man sich halt überlegen, ob das nun wirklich dazu zielt. Das erste, woran ich denke, wenn ich halt über eine Komponente nachdenke, ist für mich so ein Button, nicht? Früher hat man halt so einen Button, mit dem ich halt klicken kann, in die Benutzungsfläche gepackt, in irgendeinem Interface-Bilder, und dann konnte man das Ding halt konfigurieren, also konnte er irgendwie reinschreiben, nicht? Der soll irgendwie grün oder schwarz sein, und den konnte man offensichtlich wiederverwenden in verschiedenen Kontexten, also nicht jede Anwendung hat da irgendwie dieselben Buttons halt wiederverwendet, und die sind, das heißt also, es gibt eine definierte Schnittstelle, das Ding ruft irgendwie meinen Code auf, das ist also eine definierte, feste Schnittstelle, und es ist eben etwas, was ich zusammenbaue, das heißt also, die EntwicklerIn, die halt den Button gebaut hat, hat den für mich vorbereitet, damit ich den in meinem Kontext verwenden kann. Also ist das tatsächlich eine Komponente, man spricht halt, also es gibt dann irgendwie diese klassischen Technologien aus den 90ern, nicht? Korba, JavaE, oder auch sowas wie OSGI, die halt eigentlich sowas auch versuchen, betraglich festgelegte Schnittstelle und so weiter und so weiter und ich bin mir halt, also diese Komponierbarkeit ist eine von den Sachen, die sich glaube ich bei JavaE mittlerweile rausgefallen ist, nicht? Also es gibt nicht mehr, es gab früher mal diese Idee von einer Rolle, die halt verschiedene Komponenten, weiß ich nicht, irgendwelche Websachen und irgendwelche EGBs oder so zusammenkomponiert zu einer Anwendung, diese Rolle ist mittlerweile rausgefallen und das bedeutet also, dass das, diese Komponierbarkeit so ein bisschen auch dort raus ist und ich bin mir nicht sicher, welche Rolle das eigentlich noch spielt. Wir haben das sicherlich noch, also das eine, was mir einfällt, ist auf Enterprise-Ebene, da sage ich halt, ich habe halt ein CRM, Customer Relationship Management System, also ein Vertriebssystem, ich habe vielleicht einen E-Commerce-Shop, ich habe irgendwie ein Backend, SAP für Finanzbuchhaltung und das könnte ich jetzt als Komponenten auffassen, die wiederverwende ich ja tatsächlich bei mir, spreche sie halt irgendwie an und das ist vielleicht sowas wie eine Komponente und das andere ist halt die Cloud, in der Cloud finde ich halt bestimmte Services, Simple E-Mail Service bei Amazon zum Verschicken von E-Mails, finde halt sowas wie KI-Services, den ich halt irgendwie nicht, na, trainierbare Neuronen Netze, das sind eben auch so Komponenten, die ich halt wiederverwenden kann in meinem System und ich habe auch meinen Blogbeitrag darüber geschrieben, dass eben tatsächlich die Cloud vielleicht etwas ist, was als Komponentenbibliothek wiederverwendbar ist. Heutzutage ist das eher nicht mehr so richtig ein wichtiges Konzept, nicht, das ist halt in den 90ern vor allem eins gewesen und etwas, was ich als Begriff auch versuche wenig zu benutzen, weil ich halt irgendwie dieses Problem habe, dass ich das nicht so, also wenn man halt sagt, ich will das durch Dritte komponieren, ich will einen Standard, einen Markt haben mit Komponenten, das ist halt insbesondere das, was der Brad Cox sich überlegt hatte, dass wir halt irgendwie Komponenten anbieten, weiß ich nicht, den Kunden oder einen Bestellprozess oder so, das ist halt heute einfach nicht da und gerade diese Komponierbarkeit, Wiederverwendung durch Dritte, die meiner Ansicht nach zentral ist für Komponenten, sehe ich halt nicht, weswegen ich halt den Begriff häufig nicht nutze. Sind Komponentenmodule? Ja, also nicht, es gibt halt eine Schnittstelle, da kommt noch hinzu, vertraglich festgelegt, okay, Kontextabhängigkeiten, explizierte Kontextabhängigkeiten sind eine Eigenschaft von einer Komponente, auch wegen eben Komponierbarkeit, damit ich sehen kann, was brauche ich eigentlich, um dieses Ding bei mir zu verwenden, dafür muss ich ja wissen, welcher Kontext da sein soll, das ist etwas, was Module jetzt nicht unbedingt exponieren, diese unabhängige Auslieferbarkeit von Komponenten ist auch bei Modulen nicht zwingend, also sind das in gewisser Weise Module nur eben noch stärker eingeschränkt, eben wegen dieser Komponierbarkeit. Sind Microservices Komponenten eigentlich dasselbe, also ja, ich habe eine Schnittstelle, ist die vertraglich festgelegt, für mich spielt da so eine formale Schnittstellen Spezifikation eine Rolle, die also sagt, ja zum Beispiel sagt, welche Methoden kann ich in welcher Reihenfolge aufrufen oder gibt es Invarianten, irgendwelche solche Geschichten, das habe ich bei Microservices typischerweise nicht und ich habe auch typischerweise bei Microservices keine expliziten Kontextabhängigkeiten, kann irgendwo im Code per DNS irgendwas aufrufen, was halt in meinem Kubernetes Cluster vorhanden sein sollte, das kann ich von draußen aber nicht erkennen und dadurch habe ich eben genau dieses Problem mit der Komponierbarkeit durch Dritte und ich glaube auch und das ist vielleicht so das Wichtigste, man baut ein Microservice als ein spezialisiertes Ding für meine spezifische Anwendung, ich will das gar nicht an Dritte weitergeben und dafür sorgen, dass anderes wiederverwenden können. Also das Ziel ist einfach was anderes, also dieser Komponentenmarkt, diese Industrialisierung von Softwareentwicklung, Standardisierung, das ist eben bei Microservices glaube ich keine Rolle. Jetzt kommen wir zu der Frage, kannst du den Vertragsbegriff beziehungsweise dein Verständnis davon bitte noch einmal erklären, dass es vielleicht also im Extremfall eine eigene Episode wert, also nehmen wir ein Konto, ich könnte jetzt sagen, ein Konto, wenn ich halt eine Überweisung beim Konto auslösen möchte, also nicht da habe ich eine Schnittstelle, ich gebe mir einen Kontostand und überweise irgendetwas und die Vorbedingung dafür, dass ich überweise ist, der Kontostand ist größer als der Betrag, den ich gerne überweisen möchte und es gibt ja noch andere Dinge, also zum Beispiel darf ich nur positive Mengen an Geld überweisen, nicht negative und das kann ich jetzt in so einer in so einer kann ich halt formal hinschreiben, ich könnte jetzt sagen, okay, Vorbedingungen für Überweisen ist, Kontostand ist größer als der Betrag, den ich überweisen möchte und dadurch habe ich eben einen stärkeren Vertrag, eine stärkere Spezifikation dieser Schnittstelle und also Consumer Driven Contracts sind zum Beispiel sowas auch, wo ich eben nochmal, wo ich halt bei Microservices das stärker hinschreiben kann, dass ich also bestimmte Dinge erwarte, vielleicht auch bestimmte Ergebnisse erwarte und das ist eben dann ein Vertrag. Eigentlich ist schon die Typisierung der Schnittstelle ein Vertrag, da steht ja drin, du darfst nur bestimmte Typen übergeben und du kannst davon ausgehen, dass nur bestimmte Typen zurückkommen und da können wir halt mehr machen. Genau, sehr gerne, Marc hat sich gerade bedankt. So, und jetzt kommt dann wieder diese Frage mit, inwiefern kommuniziert eine Komponente nicht Microservice anders als ein Microservice? Das war ja irgendwie die Frage und jetzt ist dann wieder die erste Frage, inwiefern kommuniziert eine Komponente nicht Microservice anders als ein Microservice? Also sind Microservices Komponenten? haben wir gesagt tendenziell eher nicht, weil ich Microservices nicht durch Dritte komponieren möchte. Okay. Jetzt gucken wir uns nochmal das an mit den Komponenten. Genau, Tudor schreibt, im Kontext von Microservices kann ich Spring Cloud Contracts empfehlen, sich anzuschauen. Genau, guter Punkt. Das andere ist irgendwie Pakt, was einem da einfällt. Ich muss gestehen, ich habe gerade an, es gibt die Programmiersprache Eifel von dem Bertrand Maillet, auch so ein Ding aus den 90ern, letztes und da ist genau als First Level Konstrukte in der Sprache tatsächlich die Möglichkeit drin, solche eben Invarianten Vor- und Nachbedingungen von Methoden zu definieren und das ist, also befürchte ich eher das, was bei mir als erstes halt kommt, wenn jemand sagt, wie sieht dann eine vertraglich definierte Schnittstelle aus. Kommen wir aber nochmal zurück zu der Frage, also die Frage ist, inwiefern kommuniziert eine Komponente anders als ein Microservice? Komponente sagt nichts über Kommunikation, deswegen macht die Frage wenig Sinn, Die sagt halt, ich habe dort jetzt eine Schnittstelle, okay, aber das steht jetzt irgendwie nicht drin und du darfst nur Rest machen oder Synchron oder Asynchron oder so, es soll nur eine Schnittstelle geben. In der Frage ist ein Link zu einem Video und das Video diskutiert dann, was eigentlich Events zwischen Bauen und Kontexten enthalten sollen und das ist jetzt etwas völlig anderes denn ein Bauen und Kontext ist ein fachliches Ding das kann ich unterschiedlich implementieren ich könnte jetzt eben ein Bauen und Kontext das ist im Prinzip ein fachliches Modul und ich kann jetzt ebenso ein Bauen und Kontext implementieren als Microservice als Library oder was auch immer das ist genau das was wir weswegen es ja gerade diese Episode gibt um eben darauf hinzuweisen dass ich diese Flexibilität habe und wenn diese fachlichen Module Bauen und Kontexte Events miteinander austauschen das kann ich ja auch in einem Prozess machen oder über Prozessgrenzen hinweg also mit Microservices oder mit Libraries Spring beispielsweise hat so einen Eventmechanismus eingebaut der Oliver Drothbohm spricht darüber in seinem Moduliten Thema halt auch sehr ausführlich so und das heißt also ich kann eben mit Events arbeiten in beiden Kontexten sowohl mit Libraries als auch mit Microservices und diese Frage was soll eigentlich in einem Event drinstehen dazu gibt es eine eigene Episode verlinke ich auch nochmal das ist die Folge 116 und da spreche ich halt genau unter anderem über Events und da gibt es am Ende halt genau so einen Beitrag darüber was ich denn da eigentlich mitschicken will und das bedeutet dass wir da nochmal ein komplett getrenntes Thema haben also wir können jetzt irgendwie anfangen können halt irgendwie sagen okay es gibt irgendwie fachliche Dinge es gibt irgendwie technische Dinge aber das ist ja nicht das was wir hier besprechen wollen wir sagen ja gerade Frameworks Libraries oder Microservices können technische Probleme lösen und eben auch fachliche Probleme das heißt und ich muss auch gestehen das ist so der andere Punkt und das führt mich so zu dem global galaktischen Thema mit diesen Begrifflichkeiten man gewinnt nichts wenn man sagt wir haben halt das genau so umgesetzt wie es in irgendeinem Buch steht das heißt also statt zu sagen kriege also kriege ich die Plakette Komponente für dieses Ding finde ich es viel wichtiger zu sagen will ich eigentlich das Zeug durch Dritte komponieren lassen und Chance also nicht wahrscheinlich eher nicht dann kann ich eben macht so einen Ansatz wie in eben Komponenten predigen keinen Sinn ich kann die Frage stellen hat das Ding eine klare Schnittstelle so wie wir es gesagt haben nicht Frameworks haben vielleicht eine breitere Schnittstelle als eine Library Microservices haben eine sehr kleine sehr reduzierte Schnittstelle auch Libraries benötigen Sprachfeatures für eine Schnittstelle und da das ist eine relevante Frage weil ich darüber eben sagen kann wie viel Wissen ich einschränke so und das sind eigentlich die Themen ich habe halt manchmal das Gefühl dass halt zu sehr die Diskussion geht um mache ich das eigentlich richtig mit den Microservices und mir ist das eigentlich egal deswegen fand ich auch Christinas Beitrag ganz gut weil sie hat eben in ihrem Beitrag gesagt okay ich habe halt eine bestimmte Entscheidung und jetzt kann ich halt sagen okay ist die Entscheidung erstmal sinnvoll die Maßnahmen die ich ergreife also eine gemeinsame Technologie Plattform führt die tatsächlich dazu dass ich die Ziele erreiche und so weiter und das ist viel besser als wenn halt die Frage wäre mache ich das richtig mit den Microservices Sebastian schreibt mir fehlt bei der ganzen Diskussion noch der Betriebsaspekt Kapselung Contract Wiederverwendbarkeit sind natürlich alles richtig und auch auf Microservices Anwendbar zeichnen sich doch aber wirklich durch die Trennung der Physik aus ja genau und das ist das was ich am Anfang gesagt habe wir haben halt dort genau diesen Benefit dass wir eben bei Microservices durch die getrennten Docker Container Vorteile haben in Bezug auf Skalierbarkeit und deswegen wollte ich mich eben hier bewusst auf diesen einen Aspekt sozusagen konzentrieren und um vollständig ehrlich zu sein ich bin mir halt auch nicht sicher wie wichtig diese technischen Vorteile wirklich sind also muss ich halt jedes Team oder jeder Kontext sozusagen selber überlegen so was haben wir noch also genau da waren irgendwo in diesem schon zitierten Beitrag von dem Mark M war halt auch die Aussage ein Compose-File hat den hat den Bestandteil Aufteilung in Module naja ein Docker Compose-File sagt halt ich habe mehrere Docker Container und die packe ich halt irgendwie zusammen das ist schon so dass kleine Dinge zusammengepackt werden also ich habe halt mehr Docker Container die ich halt zusammenpacke zu einem Ganzen ich würde mich so ein bisschen wehren dagegen zu sagen dass das Module sind weil Module haben eben eine Schnittstelle und sind ein Konzept um große Software Systeme zu strukturieren ein Docker Container müssen nicht unbedingt eine Schnittstelle haben so und deswegen ist das halt da bin ich mir eben nicht sicher ob man da wirklich so drauf losgehen will also wenn ich halt einen Docker Container habe der ein Microservice ist dann hat der sicher eine Schnittstelle das ist ja eben ein Teil von einem Modul aber ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen komisch und dann steht da noch für mich zum Verstehen würde ich nun sagen ich bin noch im Verständnisaufbau eine Softwarekompetente muss einer einzelnen ausführbaren Datei entsprechen nee also das kann größer sein nicht also es kann halt wie wir jetzt gesagt haben ein Content Management System oder Quatsch ein Customer Relationship Management System sein es kann aber auch kleiner sein zum Beispiel ein Button und von daher nicht das ist eben ein Konzept und das gibt es auch wieder auf verschiedenen Granularitätshebenen so YouTube hat geschrieben Komponente ist Teil eines Containers im Kontext von C4 Modell sollten nicht miteinander kommunizieren außerhalb deren Kontext das wäre im C4 Modell eine Ebene höher sprich Container so und genau guter Punkt und das war für mich auch eine der Motivationen für diese Episode diese Begriffe mal irgendwie klar zu bekommen und ich persönlich finde das halt etwas nervig wenn halt jemand sagt ja das ist halt irgendwie eine Komponente und man kann es eigentlich übersetzen mit das ist irgend so ein Ding nicht also das ist irgendwie nicht klar definiert was es eigentlich nun wirklich bedeuten soll und diese Idee von komponentenorientierter Softwareentwicklung ist für mich halt sehr stark verbunden mit der Komponente im Software Sinne und dazu gehört irgendwie diese insbesondere auch diese Komponierbarkeit durch Dritte nicht das ist das Ziel ich möchte einen Marktplatz haben für Komponenten bei denen Leute Dinge einkaufen können die sie wiederverwenden können so wie ich eben heute eine UI Bibliothek kaufen kann so wie ich halt heute eben in der Cloud bestimmte Dinge kaufen kann die ich dann zusammen komponiere zu meinem System nicht also eben ein ein AI Framework und ein simple E-Mail Service und so weiter und insbesondere diese Komponierbarkeit durch Dritte fehlt halt den Komponenten in zum Beispiel dem C4 Modell so dass ich da eben sagen würde dass sich das Modell nicht wirklich an dieser Begriffsdefinition an dieser Begriffsdefinition hält und das ist halt der Grund warum ich da irgendwie etwas global genervt bin nicht also natürlich ist das C4 Modell sinnvoll aber wir haben da halt irgendwie ein Problem weil wenn zwei Leute halt Komponenten sagen meinen sie potenziell unterschiedliche Dinge und gerade bei Komponenten habe ich eben das Problem dass es halt häufig irgend so ein Ding ist jetzt kann man natürlich sagen nicht netter Versuch lieber Ebert du versuchst uns jetzt irgendwie deine persönliche Definition von Komponente irgendwie aufzudrängen ja vielleicht ist das so aber für mich spricht halt zumindest dass halt Wikipedia im Wesentlichen dasselbe sagt also dass halt eine Komponente ein Element von komponentenorientierter Softwareentwicklung ist und komponentenorientierte Softwareentwicklung bedeutet eben dass ich durch dritte Komponenten zusammenbauen will und damit finde ich das halt irgendwie schon so dass ich halt das Gefühl habe dass ich da vielleicht sozusagen recht habe oder was hinter mir habe aber guter Punkt und da ist halt glaube ich der Input von YouTube hat sicherlich ein sehr wichtiger das kann eben sehr gut sein dass in einem speziellen Kontext das eben anders definiert ist und halt in einer anderen Art und Weise Sinn macht und by the way nicht also Container in C4 sind ja auch nicht unbedingt Docker Container von daher haben wir da irgendwie nochmal so irgendwie andere Begrifflichkeit gut ich schaue nochmal ob ich irgendwo irgendwelche Fragen übersehen habe das scheint nicht der Fall zu sein da muss ich einmal kurz gucken genau wir haben ja diese wir haben ja diese Planung und für den ersten dritten macht Lisa mit Dr. Miriam Greis eine Episode zum Thema API Team Lisa die hat auch dankenswerterweise da gerade die die Sketchnotes macht und auch die Person ist die das Logo entworfen hat was hat jetzt in dem neuen Spreadshop zu sehen ist ja genau dann würde ich sagen vielen Dank vielen Dank fürs Aufzuhören und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und vielleicht sieht man sich ja also ich werde nächste Woche glaube ich wenn dann im Chat dabei sein aber ich werde halt wahrscheinlich auf der Bahn sitzen von daher kann ich da nur so sekundär sozusagen mitmachen aber vielleicht sieht man sich da dann mindestens im Chat würde ich sagen vielen Dank und bis dahin schönes Wochenende schön dass ihr da wart und auch vielen Dank für die Diskussion und für die für das viele Input für den vielen Input das war glaube ich also ist immer hilfreich und schön deswegen mache ich das ja auch genau bis dahin danke danke